Noch nie war ein Kanzler so machtgeil und unpatriotisch. Antipatriotisch, antipatriotisch. Deswegen fordere ich Frau Merkel auf, machen Sie den Weg frei, treten Sie sich von Ihren Ämtern zurück. Wenn jemand zwölf Jahre einen bestimmten Stil fährt und zwölf Jahre konsequente Machtpolitik betreibt, ist das geringste Übel, dass wir mal Ihre Majestät Merkel von Ihrem Thron stoßen.